wir haben uns entschieden wir fahren von Göteborg nach Lyon beziehungsweise der Philipp fährt bis Mannheim und dann wird er wahrscheinlich von Mannheim aus, mal gucken oder machen wir das so, genau, das ist eine gute Wahl wo muss man denn hier hin? Loppe Park, mein Anhänger ist 104 Kilometer entfernt eh 104 meiner nur 1 Kilometer Warte, wo steht denn das jetzt? ich glaube den muss ich irgendwie außerhalb holen Jo, ich weiß, wo ist das so ein grüner, ne? ich fahr da mal fix hin soll man da auf dich warten, oder? ich bin bei Norsken drin eh 99 Kilometer entfernt, oder fuck? da musst du unterziehen wo ich bin da komm ich mal zu euch ich mach ja grad Fehler Autobahn ist frei, ne? 106 ja, fahr mit dem Auto eh, wo müsst ihr hin? weiss ich nicht wo das ist, ich fahr da einfach nach Volvo, oder wo müsst ihr hin? Oslo ne, keine Ahnung, Richtung Oslo Richtung Oslo ja, da sind mehrere Firmen, seid ihr auf der E6? ich fahr grad Richtung Jönköping ich fahr grad nach Jönköping ich fahr grad nach Jönköping in Göteburg hey, what the fuck alter, ich komm mit diesen scheiß Bremsen nicht klar ich bremse nur zu langsam oder zu spät oder zu schnell komm, jetzt ist mein Motor so warm der ist heiß, da kann ich Spiegeleier drauf behalten, bestimmt aber was siehst du denn das schon wieder? ne, das steht 94 Grad ja, wo? ne, auf meiner Anzeige in der Mitte ach da auf einer Außentemperatur ne, 24 ne, 25 so ja, schnell doch, 25 stimmt Außentemperatur, gucken wir doch mal nach wieviel wir haben 25 was für ein Zufall Reiner ist das er was macht ein Reiner eigentlich, ja? was mit ein Reiner ist? ja was macht denn der hier? Reiner Wahnsinn ja, auf gehört mit YouTube das in Reiner Bolle ah ne, Bolle meinte ich jetzt gar nicht kennst du nicht, Reiner Zufall? Reiner Zufall? ne, ne wir hatten eine Schule, bei uns in der Berufsschule, ja, das ist Reiner, das war eine Umschüler von der Bundeswehr der war immer einer Zufall der war immer einer Zufall weil ich bin jetzt da bei Fleminger warte, ich kann, guck mal kurz auf die Karte und zwar bin ich in Göteburg ja, ich auch jetzt gleich ne, ne, in Göteburg ist das ja alles, aber ich bin jetzt hier oben beim NS-Oil hm, NS-Oil warte mal wir, wir treffen uns wo ja, das weiß ich lass uns, lass uns die Anhänger holen, dann müssen wir wenigstens wo lang fahren müssen klar wir, wir treffen uns am Hafen Göteburg Hafen ja, das wird ja gleich angezeigt jetzt wahrscheinlich kann sein, ich bin jetzt erstmal beim NS-Oil so, ich wollte mal auf meinen Halm, genau bei dem Hafen steht, glaube ich, direkt mein Laster WTF? mein Anhänger hat gerade einen Abflug gemacht ok er hat sich gefreut, er hat sich gefreut, er hat mir einen Schwanz gewedelt also ja, am Hafen ist direkt mein Auftrag warum nicht wir an dem Hafen in Göteburg na gut, da kann man ja, warte, meiner ist gerade auch mal in die Luft gesprungen was soll er wartet ihr in den Hafen auf mich? jo in den Hafen was ist denn das bei uns eigentlich für eine ECS-Folge für Luke? äh, was? du ja, hier schneiden, es geht los mit der 21 ja ja, wie geht es los mit der 43 aber wir hatten ja davor schonmal ja, wir hatten vorhin 20 Folgen ich hab vorhin schon seitdem noch aktualisiert ne, ich mein vor der Staffel also wo, schon zweite Staffel ETS bei euch? ja, warte mal oder hast du dann noch mal hast du weitergemacht einfach ja, wir haben 20 Folgen, haben wir zusammen mit Felix aufgenommen das war das LPT, davor hatte ich auch mal Singleplayer auch ja, das steht auch das steht auch das steht auch das steht auch ach so, meint ihr das jetzt habe ich es verstanden die Rechnung ist zusammen da kann ich euch auch noch gut erinnern der planlose Philipp fährt durch das war mein Quatsch LP, wo ich immer ein bisschen quatschen konnte das habe ich als Inside bei mir Inside Philips hab jetzt dafür mein Quatsch LP ist immer Story das spiel ich nicht jede Woche einmal was? du hast? du hast grad gesagt du hast? ich hab ich hab mein Ziel fast erreicht ne ich weiß noch was ich sagen wollte wir sind hier in Skandinavien da sind uns ein bisschen Bergischer als wie bei uns unten wir sind hier in Skandinavien da sind uns ein bisschen Bergischer als wie bei uns unten also der war der Verdächtige der eine da war bestimmt ja der Terrorist mit dem Turban durch die U-Bahn S-Bahn S-Bahn in Leipzig gibt es in S-Bahn keine U-Bahn weil die fährt ja auch im Untergrund oh ne oh ne aber nur in der Innenstadt was ist das für eine kack Bremse? kann ich irgendwo die Bremse ein bisschen einstellen? das ist der City Tunnel Option ähm Gameplay Stärke auf Bremse drehe ich jetzt mal hoch Aufliegerstabilität drehe ich so hoch die ich bin kurz davor ich habe mich einen weiteren Weg als ihr also kurz vor der Fahre ne kurz vor der Fahre bin ich auch ich muss ja einmal um ganze Göteburg fahren um nach Göteborg zu kommen Es gibt aber echt niemand, der darüber berichten soll, dass es ein Anschlag gewesen sein soll Guck mal, da ist Carsten Hallo Carsten Der Arbus Ach ja Und Jungs, wie geht es euch so? Na Philipp Oh, ich habe eine E-Mail bekommen, ich kann meine Barclay-Karte, Kundenservice, Freischaltung und Gefühlkarte Lässt das mal alles laut vor Ich hätte hier eine Nachricht vom 9.5. Ich kann mich erst erinnern Ein 44-jähriger Walliner Wir sehen uns auf der Other Side Am Leipziger Hauptbahnhof zu stürmen In einem selbstgefertigten Sprengsatz Das ist so lange her, oder? Ich habe jetzt mal gelesen, beim Marschner draußen wurde doch hier so ein Dings zerschossen So eine Werbe draußen So Hm Hier ist Cedric, ist 9.5. zu lange her Ne, das kann den kommen Ah, das war ein Berliner deswegen Na gut, Berliner kann auch Ich bin ein Berliner Wollen wir nicht diskriminieren Alles klar? Was sind denn los? Alle da Jo, ich habe nur auf euch gewartet Ja Ich kenne nur das Silberrasselbonde Die gibt es gar nicht mehr, ne? Wir sind im Convoy, wir brauchen keine Ampeln Was ist das eigentlich Gold? Oh, ich bin geworden Was ist das eigentlich Gold? Ja, ihr kennt euch mit den Convoyregeln aus, Jungs? Was sind die Convoyregeln? Rote Ampeln, äh, könnt ihr übersehen, ihr seid ein Convoy Ah, ok Ab drei Mann zählt Convoy, also Ah, ok Kannst du mich gegen die Strafe? Wenn das Na, ohne Hast du genug Geld? Ja, das sagt doch, ihr seid hinter mir, ich seh das nicht, der Totenwinkel Ich seh's auf dem Radar Ja, du musst halt die Bühne hinter dir oder so Weit, ich hab's gesehen Hälte Wasser, was soll Ahja, da hinten seid ihr Gebt mal mehr Abstand Nee, das sind nicht gewollt mehr Aber ich komme jetzt so schnell voran, glaube ich hab ne ganz viel PS Wir müssen bloß vor Abbildungsmoor, äh, äh, na 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 vorne Wo bist denn du hin, Austin? Ja, ich komme jetzt so schnell voran, ich muss über das Bremsen, weil du irgendwie direkt vor mir warst, Garde Och, wer are you? Karsten ist gerade 500 Meter hinter mir. Aber das Lied ohne den Song, den gibt es frei, ne? Da habe ich ja auch bei meinen Stars One-Flug da. Ja, ich habe überhaupt mal herausgefunden, wo mir eigentlich die Lieder bei Ahrbekommen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Ja, wo? Habe ich nicht herausgefunden, muss ich nochmal sagen. Na, ich weiß nicht, ob das direkt bei YouTube ist, weil da gab es jetzt auch eine Mediathek mit. Achso, echt? Aber ich wusste nicht, ob das jetzt die normale YouTube-Media-Tag ist oder ob das jetzt schon das ist. Ja, alles was ich habe, nur ich habe zwei Tools jetzt, wo sie mir angezeigt und man wäre auch prima gutes Video hochgeladen. Prima. Also meine allererste Training-Folge live diesen Monat als Prima. Ich weiß noch warum. Ey, warum denn Prima? Das ist schon ja, gute Klicks. Prima, Prima Fit meinst du? Ah ja, Sprit. Wer hat denn das gesagt Prima? Ich glaube, das kann ich eigentlich mittlerweile verraten. Philipp, du solltest nicht die Schilder umfahren. Kann ich mir das mittlerweile sagen? Ja, ja. Na, sind wir schon bei Insights? Ist Insights schon vorbei? Ja, ja. Na, da ist es ja draus schon. Aber außerdem bei Minecraft wird es ja schon angedeutet. Ja, bestimmt. Außer ich... Es ist jetzt nicht bei uns auf Pana, es hat sich etwas geändert nämlich. Okay, was denn? Ihr seid jetzt nicht mehr... Ich habe gesagt, ich habe noch verbraucht. Okay. Ja. Hört sich doch gut an. Ja, genau. Ich habe noch nie, was wir nicht gehört. Ich ohne. Jetzt nach dem Eintritt meine ich. Aha. Wie... Wie nennt sich das? Ja, ich höre DGN, also Broadband TV. DGN, Broadband TV. Der ganz große. Ja, ihr haltet den Verkehr auf. Ihr ist noch ein Dritter hinter euch, ne? Ja, egal. Ich kann nicht schneller fahren. Ich fahr ja auch 80. Ich fahr grad 100. Ich fahr auch 100. Na, ihr kommt grad... Das ist ja ein enger Tunnel. Ich habe ja Angst, um rechts zu fahren. Ja, vor allem, weil mir will noch einer Dings vorbei, ne? Sag doch mal, dass es ja nichts wird. Alter, wie viele hinter uns sind. Wo siehst du das? Alter. Du drück doch mal Tab. Du wirst, die können aber froh und neben uns sein. Ne, aber die kommen nur ganz... Oh, Mutterfehlfunktion. Du bist doch nicht schön, Alter. Das wird wohl aufhört. Oioioioioi, ich hab dich nicht gesehen, na? Alter, Alter! Hey, Alter! Sorry, sorry, sorry! Bist du? Ananasche, oder babsch? What the fuck? Mensch Philipp, sag doch mal an, dass du hinter mir bist. Mein Rekord ist, du hast die Wander, ja. Murat kastet aus. Murat hat doch meine Döner nicht gemacht. Vergessen sie nicht V zu drücken. Ich war gestern bei meiner Versicherungstande, ne? Die ist auf dem Kassberg. Und da ist ein Dönerlad leider neben. Und da hast du im Hintergrund diese Büros so hinten draußen. Ja, da guckt man doch auf den See, oder? Nee, ist egal. Und da hast du im Hintergrund, da hast du draußen die Tür so rumgelaufen können. Das ist doch so ein Döner. Weil das ist voll rassistisch, was ich hier erzähle, ne? Ja, ne? Das ist fast so wie das N-Wort. Ja, fast wie unser N-Wort. Fast wie Nutella. Boah, du bist so ein Nutella. Aber Neger dürfen sagen. Ja, wir Neger dürfen sagen. Das ist übrigens ganz cool. Ja, das steht bestimmt auch im Duden. Würde ich wetten. Ja, bestimmt. Das andere steht auch im Duden. Äh, ist der zweite Buchstabe ein I? Ne, ein A. Hä, was kommt mit N-I? Was ist denn da für böses Wort? Na... Okay. Ach! Ich weiß, das böse Wort ist... Äh... Also Nitroglycerin meinte ich jetzt. Also... Ich hab mich doch... N-I? Was gibt's denn mit N-I? Steht gerade bei mir auf dem Bus noch. N-I, die weibliche... Die verweiblichste Form von Neger. N-I. Hä? Er hat das böse Endwort gesagt. Hehehe. Ey, das wird nicht verweiblich. Das ist doch einfach... Das war jetzt auch nur ein Gag. Hehehe. Das ist doch... Als ob das das... Das ist dasselbe. Ne, das heißt Niggerchen, ne. Nicht zu wechseln mit den Schläfchen. Ja, ich hab's doch gesagt. Niggerchen. Hehehe. Äh, Philipp, ich bin links neben dir. Wie weit seid ihr? Eier, Philipp! Mach dich nach rechts! Was? 38% Schaden wegen dir. Hehehe. 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 Ich bin auf der Gegnerfahrbahn. Wie ist denn das passiert? Hehehe. 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 Ich hab 100%. Nur kurz angemerkt. Hehehe. Und meine... Mein Trailer hat 94% Schaden. Hehehe. 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 Hallo, ich bin da drüben. Hehehe. 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 Oh, großer Unfall. Welche hast du denn? Screenshot? F12. 12. WTF? Warte, im Screenshot muss ich den Motor ausmachen. Wenn hier er kommt, dann kommt keiner vorbei. Und wenn ich F12, dann sitzt bei mir meine... Framerate irgendwie umstellen. Na gut. Also ich kann weiter formen. Hehehe. Schönen Dank auch. Ich hab 100%... Ich hab 100% und 94% hinten drauf, ne? Hehehe. Oh, es sah schön aus. Hehehe. Also... Wirklich brummig für den 1. Mensch! Philipp! Aber hier ist doch der ältische Motor. Hehehe. Hehehe. Wenn hier kommt, Alter. Hehehe. Liebe Zuschauer, bei Cedric Elsys TV, mein Motor ist kaputt. Hehehe. Hehehe. Bei, bei, bei... Ne, Süd-Esmoraldisches Fernsehen hieß der ja, ne? Ja. Ja. Falls ihr... Äh... Oh, jetzt war noch... Jetzt wäre noch eine gekommen. Schade. Falls ihr damit nicht klarkommt, wie wir fahren, dann guckt nur das Let's Plays an, wo der Cedric alleine fährt. Falls ihr damit klarkommt, wie wir fahren, dann guckt bei uns. Hehehe. Hehehe. Ein Stück weiter rechts. Darf ich das nicht so beholen? Echt jetzt? Okay. Hehehe. Auf keinen Fall. Ah! Philipp! Lass meine Lade in Ruhe. Ihr steht auf meiner Abschussliste. Ja, dann fahr lieber. Dann behol... Nein, Philipp! Nein! Das könnte eventuell dort sein, wo wir stehen. Ah! Das könnte... Oh ja. Guten Tag. Oh ja, komm krass! Oh ja, kommt was entgegen. Wurrat! Scheiße, fuck! Versuch aber eng, du! Äh... Ich drück die ganze Zeit hier, falsche Taste! So... Ja. Fahr mal nicht so schnell. Ich bin jetzt in der Werkstatt in Allberg. Sehen wir da schon vorbei? Warte, ich guck mal kurz auf den Maps. Hehehe. Ja, wir fahr niemanden um! Ja, Alper... 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 Sub, ist vorbei. Ist... bei mir vorbei. Ne! Wie gut seid das? Wie gut seid das? 39?! Warte... Warte, das... Warte, das... Sofort... du... Na, wo ist das gerade alles? Du kann die Schrift nicht lesen. Sofort werks... 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 Ernsthaft? Bist du doch weg die Schrift. Ei. Der macht sogar was hier. Der die Baumstämme stapelt. Das Gerät. Was macht denn der? Der Baumstämme stapelt? Ja. Der Baumstämme stapelt Baumstämme. Was für ein Ding. Komm mal vorbei Willi. Da rechts. Du wirst schon sehen. Oh Mann ist das ein Netzflächer. Warum haben wir das so lange in den Griff genommen? Achso ich weiss worum. Geht aber bei einem nicht. Das geht bei mir nicht. Ich kann das nicht spielen. Hahaha. Ernsthaft? Wieso Laus? Jetzt hört ihr das noch. Ähm. Wo seid ihr gerade? Auf Völle. Ich bin bei Baumstämme. Da stapelt Baumstämme. Weg. Bei wem war denn das neulich? Wo jemand sich im Let's Play über den anderen aufgeregt hatte. Und der das so fälligerweise gesehen hatte. War das du was du bei Felix reingeguckt hattest? Ne. Warte mal. Warte mal. Warte denn das. Hm. Na ich hab jetzt noch gesagt, dass der Felix irgendwann mal gesagt hat, verratet das nicht Philipp. Ja das meinte ich ja. Ja genau das war beim Felix mit dem Train Fibor. Hm. Was hat er gesagt hat, verratet aber nicht dem Philipp, dass ich ne neue Map anfange. Genau der Folge guck ich rein. Na die Folge heißt auch neue Map. Nein nein das war die Folge zuvor. Das war die Folge zuvor. Also. Ja das wird sehen wir jetzt nicht mehr genauer Welt. Was wo bist denn du eigentlich? Keine Ahnung was. Seid ihr schon an Odensee vorbei? Odensee. Wir stehen jetzt zwischen Odensee und Eisberg an dem Autobahnkreuz. Guck mal kurz auf die Karte. Ahja. Ne ich bin noch mal anhanden. Oh ne diese Scheiße. Alter. Alter. Murat. Murat. Ich brauche aus dem Auto irgendwelche Offroadräder oder sowas. Ja. Also ich bin jetzt bei, also nach Eisberg und Odensee. Kurz danach. Auf der Tankstelle. Ja. Ich bin da gerade an dem Kreuz. Ich warte da mal an der Tankstelle. Ja. Der leckt aber. Ja. Das Auto ist ganz schön geleckt. Ja. War das bei dir auch passiert. Achtung. Ich bin vor dir. Fahr mal lieber links. Danke. Und Tankstelle rein. Jo. Schaut ja auch mal an mein Auto. Ich hab glaube ich bin noch nie mit dem Auto gefahren. Hast du deinen Anhänger noch? Oder ist er weg? Ne ich hab 94% Schaden. Auf den Anhänger. Ha. Das war ein Schild. Jetzt möchte ich mir gerne auf Philips Aufnahme sehen. Das sah bestimmt nicht lustig aus. Ich wollte tanken. Ich auch. Okay. Ich war eher hier. Okay. Warte mal. Dein Motor hat Probleme im Moment. Mach mal dein... Mach mal dein Motor aus. Und jetzt hol mal genau hin. Oh jetzt geht's. Ach schlimm die Leute. Audis. Echt mal. Ja. Hast du nur den Baumstammstapler gesehen? Ja. Baumstammstapler. Baumstamm. Hab ich gesehen. War cool. Kommt der Cedric auch? Ja. Ich bin schon unterwegs. Wer nennst du nun eigentlich Cedric? Ja. Aber seitdem er nicht mehr Patrick heißt. Ich hab mich letztens... Cedric hab mich garst drauf angesprochen. Ob man mal Lust haben. Ob du mitmachen willst vielleicht. Oder es immer auf die Idee kommt. Dass du mitmachen könntest. Da hat er gesagt. Wie? Der Patrick macht mit? Wie geil ist das denn? Ja. Ich müsste... Haben wir schon mal zusammen was aufgenommen? Ähm. Ja. Ganz... Ganz früher in Minecraft. Aber da warst noch du alleine. 2000. Äh. Ja. Das war noch unter 1000. Damals. Ja. Regnet das Horsten? 1000 oder im Spiel? Nein. Also draußen regnet es wirklich gerade. Ich hör das nämlich. Ich seh es. Ich seh es nicht. Da müssen wir unten. Seid ihr nicht an der Tankstelle ja? Ja. Fahr weiter. Ich hab losgefahren. Der holt mich eh ein. Ich nicht. Ich hab ihn kaputt. Kaputt. 54% Schaden. Hier kommt ganz schön was von hinten an. Äh. Ich kann so einen Türken hier nicht überholen. Wieso? Meister Murat? Weil... Ja. Meister Murat. Warum? Was sagt er? Du guckst dir nicht vorbei. Ne. Der fährt immer so links rechts. Nein. Der buchert. Der mag uns nicht mehr. Doch Follow Exotic ist gerade nicht vorbei. Den bist du ja vor uns reingefahren. Follow Exotic Call Spotting. Ahhhh. Aber nein. Leck da zurück. Der Philipp, der überholt dich gerade. Und jetzt überhole ich dich. Den bin ich doch vor uns reingefahren. Ihr habt ja drei Spuren. Philipp! Philipp! Oh, alter! Thank you! Where are you from? Where are you from? Where much? Biss und arsch! Nee, ich versuch' Kontakte aufzustellen. Mir eigentlich auch schneller als 120 fahren. Oder es begrenzt. Du musst mal in irgendeine Ruhe stattfinden. Kann mir auch schneller als 120 fahren. Oder ist mein Truck so langsam? Meiner ist kaputt. Da kann ich nicht mehr. Oder hab ich irgendeine Einstellung, wo das blockiert ist? Hast du ihn an mir auch? Ja! Bist du Angst? Ja! Warum lässt du so viel Abstand? Weil du ruckelst. Ha! Gut ausgedrext! Oh! Ja! Kommt was! Philipp! Meiner geht drauf vorne. Ich soll ausgehen. Wenn er ganz ist. Ich bin vor uns 180 gefahren. 180? Wie geht das denn? Ohne einen. So! Philipp! Warum fährst du so langsam? Weil mein Motor ausgegangen ist, Junge! Ach so! Thank you! Thank you very much! Hello! 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 Are you off Rom? Are you off Rom? East Germany! Upsala! Philipp! Philipp! Oh nein! Oh ja! Oh, gerade so geschafft! Dann geh in die nächste Werkstatt! Einverstanden! In Kiel ist die! Okay, ich hoffe es geht in der nächsten Folge mit geballter Ladung so weiter. Mit viel Action, bla 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 und es sind Colossi. Und da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag und schaut mal bei den Klapsköpfen vorbei. Die machen ein gutes Programm. Sämtliche Sachen von A bis Y. Von 15 Uhr bis 19 Uhr jeden Tag. Von 15 Uhr bis 19 Uhr jeden Tag, außer Sonntags. Warum Sonntags? Außer Sonntags. Ne, das sind 5 Videos, die fehlen in der Woche. Also wir senden auch Sonntags. Na, die wollen nämlich auch mal Urlaub machen. Na dann, bis dennne! Ciao, ciao! Tschüss!